Liebe Freunde von Doris und Barthens, wir sind hier bei der Scheinanschaltung. Sie können sehen, dass wir das Neue voneinander trennen, wie wir das bis Neuesten haben. Es kommt in diesen Menschen in den Behälter hinein, und wenn danach das Silberhaus geblendet wird, dann kommt hier rein. Da aus, wenn es mit den Zäuren, bestimmten Behälter, kommt hier heraus. Und hier in der Strecke, über den Leiter und den Behälter, wo das Fein-Gold rauskommt. Ich glaube, das muss nach oben. Das ist der Feinbehälter, wo das Gold rauskommt. Das ist die ganze Installation, wie Sie sehen. Der ganze Prozess, nach dem der Waren, als Waren des Schmolzen, ist durcheinander gemischt. Wir selektieren das, reden, machen es Fein-Gold. Das ist der ganze Prozess. Vielen Dank. Das ist der ganze Prozess.